Willkommen zu einer Runde Beast Mode. Ja, ich bin mit dem Tempelritter 007 und Freakboy 006 im Team zusammen. Ansonsten gibt es noch zwei andere Teams mit drei Personen. Unter anderem ist Engelchen dabei, den wir ja alle so lieben. Ich feiere den Typen, der ist echt klasse. Und Luge ist auch dabei. Gut, dann viel Spaß mit dem Video. Ehm, ich bin Schweizer. Oh, ich mag Schweizer. Warum? Keine Ahnung, warum mag ich Schweizer? Keine Ahnung, ich mag den Akzent, den Dialekt oder was auch immer. Warum mag ich nur dieser Schweizer? Bist du Deutscher? Ja, ich bin Deutscher. Brauchst du mehr Blöcke? Ich hab noch. So, als Frage, soll ich mir den besten, soll ich mir auf den besten Bogen sparen oder soll ich mir den zweitbesten Bogen gleich holen? Hol dir den besten Bogen. Ja. Obwohl, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt schon mal uns ganz gute Schwerter kaufen, weil es gibt eine Taktik, die ist ja verbreitet, die heißt durchwaschen, auf der anderen Seite waschen. Nee. Doch. Wer kennst du die, Alter? Keine Ahnung. Das Bedrock. Ja. Jetzt ehrlich, Peace Mode zieht ohne das Texturepick so scheiße aus. Ich benutze es, ähm, ich benutze es, äh, ich benutze es, äh, ich benutze gerade die Fold. Kommst du rund da hier? Das ist eigentlich nur so eine, so eine Fake-Basis. So als Tipp, wenn ihr das Beta hochbaut, ne? Leute, wenn ihr das Beta hochbaut, dann nehmt Emerald-Blöcke. Nein, wir bauen nicht das Beta hochbaut. Äh, die Eisenspitzhacke. Klar. Wir brauchen die ewig, um sich da durchzubauen. Ich spiele auch mit, ne? Und du weißt, dass ich das gerne mache. Was? Naja, mir mit einer Eisenspitzhacke kaufen. Ja gut, du, aber du bist ja in unserem Team. Viele mit, nur viele, das hast du schon öfters gemacht, die kaufen sich ganz selten eine. Also jetzt nicht sterben. Ernsthaft? Was denn? Kommt ihr? Ähm, ist Rüstung gut? Äh, nochmal so, der Server lag, ne? Der Server lag. Der Server erlag nicht. Nein, du lagst. LOL. Könntet ihr euch jetzt mal bitte ins Bett legen? Flo, hörst du mich noch? Wo ist das Bett? Nein, ich höre dich nicht. Ja, weil bei mir ist gerade irgendwie, ich glaube, das Internet weg. Ja, deswegen sage ich ja, ich höre dich nicht. Ja, genau. Ähm, wo ist das Bett? Ja, wo ist... Geil. Wo ist jetzt das Bett? Da unten. Ja, genau. Kann mich da nicht reinlegen. Ah, das Ding. Ja, du legst, du stehst immer noch an den gleichen Ort. Ja, bei mir... Ja. Übrigens, ich habe mir die Eisenspitzhacke gekauft. Ähm, Archidibus ist Rüstung gut. Okay, ich war am Bett, ich war am Bett. Ich würde mir die Lederrüstung holen einfach. Und ansonsten... Und die... Das ist kein Eis, das ist Kettenrüstung. Kette? Ich habe mir jetzt einfach so eine Kette... Nein, die Kette nur, du kannst dir die später holen. Die, äh, die Leder bringt es erstmal. So, und jetzt findet keiner mehr unser Bett. Keiner. Sie denken sicher, das Bett ist da drin. Das heißt, das heißt ich eigentlich bei Beast Mode, die Wand zuzubauen. Ich hasse das. Dann lass sie offen. Nö. Ordnung muss sein, ich bin Deutscher. Ich brauche Ordnung. Ordnung und Disziplin. Graf ist Teil. Flo, hast du schon Rüstung? Nein, ich habe gar nichts. Okay, dann kaufe ich dir gleich mal mit. Das finde ich nice. Der macht Luke schon eine Aufnahme. Ich mache auch eine Aufnahme. Was, ich bin denn in einer Aufnahme? Ja. Okay, Flo, Rüstung, ich fühle dich dann in der Kiste. Cool, danke. Ja. Loll, jemand ist schon zu den Amelot-Blöcken. Ja, warum nicht, ne? Ja, es ist halt kostenloses Gold, so gesehen. Oh, ich will das jetzt mal im Inventar ausleeren. Wir haben hoffentlich schon eine Kiste. Jo, haben wir. Ja, ja, da ist auch deine Rüstung dran. Oh, fuck. Hast du eine Spitzhacke? Ja, ich, warum? Wo bist du? Ich brauche ganz viele. Eine. Ich bin hier. Seht ihr meinen Namen? Ich habe mich zugebaut. Danke. Alles gut. Und da. Glaubst du, haben die schon einen Bogen? Also manche, manche ist, es ist unterschiedlich. Manche kaufen sich gleich am Anfang einen Bogen. Manche sparen halt wie wir aufs Ende. Probier's einfach, also. Also wir könnten uns schon einen Bogen holen. Ich habe selbst nochmal 11 Gold. Aha. In der Kiste liegen auch noch ein paar. Ja, die hol ich noch ganz kurz. Ja, im Silber haben wir jetzt 29. Ja. Soll ich wirklich bis nach hinten bauen oder soll ich bis hier lassen? Lass erstmal bis da. Lass erstmal bis da. Okay. Dann können wir uns jetzt erstmal ein bisschen aufrüsten. Genau. Da ist noch ein Gold, oder? Ich habe das, ich habe das. Ja, also wir brauchen jetzt noch insgesamt 11 Gold. Dann haben wir den besten Bogen plus Pfeil. Cool. Du hast jetzt aber kein Dach, oder? Nein, okay. Kein Dach? Okay, gut. Nee, weil dann können wir es selber nicht mehr snipern. Mann, das war ein Witz. Frag man zur Sicherheit. Achso. Ja, bei mir kann man ja nie wissen. Ah, nicht nur bei dir. Ich habe schon so einiges erlebt. Sagen wir mal so viel. Du kriegst ein Dach? Ja, klar. Bei Flo, weißt du noch, wo wir immer mit der anderen Flo viel zu bis zurückgespielt haben? Haben wir da mal unsere Besen gewohnt, haben uns übelst lange vercampt? Ja. Das war übel. Und seitdem habe ich keine Lust mehr auf Biestenmord, obwohl das finde ich eigentlich ganz cool. Nicht zur grünen Base. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Achso, die Bugs. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es nie erwartet. Also du machst jetzt auch eine Aufnahme? Ja. Und lade sie dann auf YouTube hoch. Ja, wer hätte es gedacht? Ich hätte es gedacht auf mein Video. Verdiene damit ja... Und verdiene damit wieder ein Schweinegeld. Gronkh, ne? Seine zwei Millionen pro Jahr da. Oh, mir fällt gerade auf, dass meine E-Platte gleich voll ist. Ich sollte diese Aufnahme kurz unterbrechen und auf meine ID-Platte speichern. Bis gleich. Dann auch noch eine Runde Cops and Robbers, oder machen wir das nicht? Cops and Robbers spielen wir gerne danach, wenn alles richtig funktioniert. Vielleicht spielen wir dann auch nur mit einem Cop und dann funktioniert es besser. Das Problem ist, ich hasse diese neue... Wir müssen dann mal Bauernkrieg spielen. Bauernkrieg? Du meinst Age of... Age of... Was weiß ich? Oder wie das heißt? Ne, äh, Bauernkrieg, das ist so, du brauchst Schweine. Äh, du hast hinten einen Spawner hinter deinem kleinen Hütchen. Da spawnen halt Items und du musst dir später Grasblöcke kaufen, damit dann dort Schweine spawnen. Ja, wenn du halt Schweine hast, dann geht's ja ganz gut weiter. Okay, da hat schon einer einen Bogen. Was ist der Ziel des Spiels? Äh, das Obsidian vom Gegner abzubauen. Okay, also warte mal, Team Blau. Oh, oh, okay, Checker ist tot mit Bogen. Cool. Bobel hat einen Bogen. Oh, und, ähm... Wie sind die auf uns? Ähm, seid ihr die gelben Leute, die da gerade in der Mitte rumcampen? Nö, nö, nö. Nee. Nein, soll ich die abstehen? Nein, soll ich die abstehen? War nicht. Zum Bogen? Nein. Würde ich schon sagen, Alter. Okay, wir sind bei den Blöcken. Oh, Luke ist tot. Äh, dann bau dich da jetzt ein bisschen zu, damit die nicht so schnell zu uns reinkommen. Oh, da achten, da unten baut sich gerade jemand hoch. Unter deren Base. Siehst du sie? Von welcher Base? Äh, unter der blauen Base. Ist so ein Typ, der da mit Netherwack gerade sich hochkommt. Ach so, ja, das ist die, ähm, das, äh, Team von uns gegenüber. Ich glaube, das ist Team Rot. Den hoch. Ja, gut. Mir soll es recht sein. Warum nicht, ne? Wir kriegen sie auch schon gerade blau und rot.